So, da bin ich wieder. Ich weiß ja jetzt, wo es ist. Und ich renne da jetzt einfach hin. Nee, das war nicht hier oben. Das war unten. Das war unten. Das war hier. Hier durch. Nein! Nein! Ach, komm, dann kann ich nicht hier oben. Bin mir auf den Sack. Alter, beim letzten gesehen. Beim letzten Freak, Mann. Das ist scheiße, wenn man nicht gesehen werden darf. Sack. So, tschüss. Wo? Was ist das zur Hölle, Alter? Ich will mich nicht noch mal hier durchschlagen müssen. Ich renne einfach Termin aus. Oh, ist das hart. Alter. Hier unten war das doch. Alter, ich kriege hier voll den Herzinfarkt. War das nicht das hier schon? Oh! Hoch da! Nein! Nein! Um Gottes Willen, bleib weg! Oh, oh, oh. Alter, ich kriege hier voll den Herzinfarkt. Mann! Da oben ist auch noch einer drauf. Ich hab dich schon getötet. Und ich würde dich noch mal töten müssen. Oh, wir warten. Super. Wir sehen, wir haben ja auch direkt. Aha. Und dann geht's jetzt so. Und zack. So. Da unten ist er nämlich drin. Oder? Oh, Mann. Oder auch nicht? Naja, ich mach... Oh, Mann. Ich mach immer einen Safe State. So. Wow! Da ist er. Mann, ich hasse so Level. Das ist scheiße. Oh, Mann. Ich hab dich schon getötet, Mann. Okay, so. Wow. Okay. Zack. Ja, ist mir jetzt egal. Ich will nur... Das ist scheiß Holzfunk. Oh, Mann. Oh, Mann. In the safe? Oh, da hinten. Da ist der Wichser, der mich eben gesehen hat. Penner, Alter. So. Ja, okay. Puh, okay. Geschafft. Jetzt kommt ein Karzin. Oh. Oh. Ich bin nicht eure. Psst, seid ruhig. Mama. Mama. Oh, okay. Hm. Hey. Wer bist du? Hier. Die sind für euch. Oh. Die Schwesterglöckchen. Was sind Schwesterglöckchen? Wie heißt du? Ayame. Hier. Das Glöckchen ist für dich. Meine Mama hat diese Glöckchen gemacht. Eine ist für mich, eine ist für dich. Oh, sie ist gut. Sie sagte, die Glöckchen würden uns helfen, wie richtige Schwestern zu werden. Ich habe jetzt deine große Schwester. Komm. Erzählen wir's Mama. Mama. Was ist los, Ayame? Hast du dir weh getan? Nein, das ist es nicht. Du willst nicht meine Schwester sein? Ach doch. Ich will. Warum weinst du denn? Alles in Ordnung, wirklich. Wollt ihr jetzt zurück zur Festung? Ja. Gehen wir. Oh, sie ist süß. Das klingt wie ein Schwerkauf. Was geht da vor? Sehen wir noch? Kiku, tapferes Mädchen. Ihr seid die Beste. Oh, sie ist süß. Okay. Ah ja, die Kalschen kennen wir ja auch noch. Okay. Rikimaru, beschützt Prinzessin Kiku. Ja, genau. Oh ja. Gut. Soll ich noch ein Level machen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Na gut. Statistik wieder nicht gesehen, aber naja. Ich mache noch ein Level. Das macht den Moment so fun. Und ich habe Zeit. Ja. Machen wir mal. Das ist auch so spannend jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ich will immer weiterspielen. Das ist so geil in Tenshuk 2. Tenshuk 2. Ah, 2. 2. Treibsand. Okay. Mittlerweile angekommen. Sehr schön. Ich glaube, ich komme auch ziemlich schnell voran in diesem Spiel. Oh. Okay. Weder kann sie dich nicht kennen. Ayame, Entführer haben die Dorfbewohner auf eine verlassene Insel verschleppt. Könnt ihr das in die Hand nehmen? Natürlich, mein Fürst. Leuten zu helfen ist nicht gerade das, was ich jetzt brauche. Brauche. Aber Befehl ist Befehl. Hm. Ach nö, ist das jetzt wieder dieses Berg-Level? Nein! Nein! Ich hasse es. Hierher haben sie die Dorfbewohner also gebracht. Was für eine Müllhalde. Oh nö. Oh ho ho ho. Ich hasse das. Die Insel Kubon. Halten sie nach bewaffneten Wachenausschau? Ein wahrer Blauletter. Eins... 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 Eins, zwei, drei, vier... Eins, zwei, drei, vier... Eins, zwei, drei, vier... Start. Ich nehme einfach alles mit, was ich habe. Das ist wie ein Buschmesser. Das sind jetzt die Typen aus dem geheimen Hafen. Okay. Boah. Ja, alles klar. Dann weiß ich ja... Bitte habe Items. Dann weiß ich ja jetzt in etwa auch, wo ich in der Story bin. Boah. Boah. Da oben. Da oben. Na gut. Gehen wir da hin. Bleibst du weg. Boah. Der Mistgabe in der Hand. Okay. Da oben. Ist der nächste... Oh, mit dem Gewehr. Okay. Okay. So. Und... Sack. Ja, genau. Ich meine... Es sind ja keine Nehmen, ja. Es sind ja keine Autos. Ach, man. Es ist ein Stein. Da muss man aufpassen. Der kühlt hat nämlich dann hier runter. Irgendwie. Oder wäre ich dagegen? Nee. Nee. Ja. Wunderstand. Naja. Oh. Okay. Da ist einer. Ich muss mich kurz kratzen. So. Was macht der? Der steht da nur so blöd rum. Fuck. Das ist auch kein Ding hier. Oh, danke. Na gut. Mann. Ich könnte jetzt einfach zu gebrauchen. Aber... Das ist gerechnet jetzt kommt keins. Oh, super. Oh, hier ist Wasser. Ist ja vielleicht ein Item drin? Ich muss ja immer gucken. Wow. Oh, hier. Hier drunter oder so? Oh, toll. Guck mal, nur hier. Okay. Wo ist der? Ah, okay. Da. Da ist er. Oh, hier drunter. Oh, hier drunter. Oh, hier drunter. Push-Messer. Oh, mein Gott. Was? Das ist ein komischen. Oh, was? Oh, guckt der um die Ecke? Klar. Klar. Oh, Mann, ey. Klar, guck um die Ecke, Junge. Man sieht zwar voll mein Schnorchel, aber ist ja auch egal. Oh, Mann, ey. Wichser, wichser, wichser. So. Oha. Okay. Dann. Da. Oha. Da. Oha. Da ist Wasser. Okay. Oha. Sehr schön. Woah. Da gibt's ja einer. Oh mein Gott. Wieso der mich da nicht gesehen hat, weiß ich allerdings das auch nicht. Okay, da ist's. Oha. die Springer Nö 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 Nächster Nö nö ich muss jetzt hier irgendwo dieses Okay nur hier so nicht auch noch schnell jetzt jetzt ist er hier oben wo doch jetzt mein Gott Ist da drin vielleicht das Item? Hm, keine Ahnung. Naja, das ist auch wieder so ein scheiß verwirrendes Level. Oh Gott. Das ist aber kein Abgrund. Safe lieber mal. Finde ich so wie bei Rikimaru. Den Abgrund. Äh, wieso kein Asso? Falsch gelangt. Also da ist schon nichts. Das Item kann ja auch gar nicht gut raus sein. Das muss ja hier sein. Wieso ziehe ich denn mein Schwert? Naja egal. Okay, hier ist schon mal nix mehr. Kann doch nicht sein. Das ist doch nicht ein Monster. Naja. Boah. Alter, hab ich mich erschrocken. Ich dachte, es würde irgendwo runterfallen. Mann hat sich fest. Mann hat sich fest. Oh, was macht die? Eltern hat halt nicht. Mein Gott. Okay, hoch da. Was? Was? Ja. Nö, hier ist auch nix. Da liegen nicht nur Leichen. Ach. Wie blöd. Oh, hier. Hier. Falsch. Na. Okay, komm. Oh Mann. Hier ist geradeaus weiter. Da war ich nämlich noch gar nicht. Ist gut ihr? Oh. Boah. Alter, war das knapp. Boah, da ist noch einer. Okay. Jawoll. Ja! Oh Gott, noch einer. Oh! Oh! Was?! Was?! Boah! Alter! Boah, zieht der viel ab mit seinem scheiß Gewehr. Das sind ja zwei. Oh mein Gott. Okay. Mit seinem scheiß Gewehr, Alter. Fick dich. So. Das war in dem Arsch. Boah! Mann! Alter, so. Lalalalalala. Boah! 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 Hier geht es nämlich noch weiter. Ich hoffe mal, dass hier nicht das Ende ist. Ah, ich meine. Safe State. Boah! 2 Detях. 2. 3. 3. 2. 2. langweilig es ist das denn das ist so komisch auf jeden fall ist da ein gegner und der kommt genau hierhin und da kommt genau hierhin der panor alter Okay. Hushmesser, ey. Okay. Wow. Oh, die. Okay. Wow! Na gut. Glück gehabt. Hm. Nichts. Das sieht mir schwer nach Item aus. Och mann. Oder auch nicht. Okay. Und da ist auch nichts. Na gut. Aber da ist was. Wo ich noch nicht war. Boah! Und das direkt in die Kraft. Hm, hm, hm. Ah, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Zeig mal. Okay. Okay. Äh. Was muss ich überhaupt machen? Mit meiner Ahnung. Ich renne hier einfach rum. Ach, die Dingensbretten. Bewohner. Okay. So. Nein! Laden! 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 Oh Gott, nein! Ne, 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 ne. Da wollte ich nämlich noch nicht reden. Da ist nämlich schon das Ende. Da kommt jetzt dieser Gegner. Der genau auf mich zukommt. Genau, da oben. Oh, 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 oh. Nein, ich will mich noch dieses... Sue, oh, 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 oh. Ich bin viel zu ungeduldig, ey. Na gut, hier. Bist du tot? Oh, ja! Okay. Ähm. Ne, 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 ne. Oh, 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 oh. Da oben. Na gut. da geht es zum ende da ist das scheiß was gewährt ok da ist das ende wo ich jetzt mal nicht hier habe ich nämlich alles getötet und darum kann man nicht drauf hier nehme ich noch ein item für einen dmr ok dann renne ich jetzt alles nochmal zurück weil da oben der ecke war ich glaube nicht und hier in die römer muss ich so ins wasser ein leck schon ist nichts das ist vielleicht das und wasser keine ahnung bis jetzt waren die items im wasser wirklich aber auch schwer ja 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 das merkt man direkt dass ich mir noch nicht bei der direkten direkt im zusammen gewerft was sie Nein, drehst du nicht! Drehst du dich genau dann um! Weißt du? Das ist das Geräusche, wenn ich springe. Das stimmt. Oh, doch nicht okay. Na gut. Ich krieg dich jetzt aber fixer. Mann! Fast! Alter! So, hier oben war ich auch noch nicht. Glaube ich zumindest. Was ist das hier? Doch, okay, schade. Na gut, ich bin mal wieder hier lang. Hat wieder leicht gelaggt, aber es macht gar nichts. Na, jetzt diese komische Stein. Okay. Naja, gut. Dann gehe ich mal die andere Seite lang. Hoffen wir, dass sie sagt. Oder? Ne, da oben ist nichts. So. Weil hier muss es nämlich eins geben. Hä? Hä? Äh. Hä? Äh. Hä? Kann man hier rum? Hä? Kann man hier rum? Hä? Hä? Was ist das bloß? Ah! Ich wollte schon sagen. Ich mach mal das Safe State hier. So. Oh! Hier kann man nämlich hin. Noch. Höh! Fuck! Da ist noch irgendein Stein! Ja da. Boah! Okay. Oh! Da ist ein Gegner! Und hier? Wo geht jetzt nur los? Okay. Gut. Ok. Oh! Da ist ein Gegner. Komm doch nicht hier hin! Hier gibt man echt einen Herzinfarkt. Meine Fresse, Alter. Yeah, schön natürlich. Hier kann man nämlich auch geladen. Was ist mit Wasser? Oh, okay. Hier muss man ins Wasser. Okay. So. Was ist denn hier? So, hier geht's. Noch lang. Was ist denn das da oben? Keine Ahnung. Ja, ja. Wo ist das hier? Geil. Stundenlang ein Item suchen. Ja, geil. Boah! Nein! Fick dich! Stundelang ein Item suchen. Auch geil. Und dann tausendmal gesehen werden. Mann! Nö, nix Pause. Wie ist es jetzt der Ton weg? Ah, okay. Sehr gut. Du passt, Alter! Weg. Ah, da oben! 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 gesehen ich hab's gesehen, hier oben Juhu, was ist? Ah, toll! Das, was ich eh nicht brauche, aber gut Machen wir das zumindest auch jetzt Geh ich hier lang und schwimm zum Schiff, weil... Mehr gibt's ja hier nicht zu holen Wo? Hier rechts? Wahrscheinlich Ach ja Geh weg! Geh weg! Da ist er nämlich Ich weiß wo, ich weiß wo Da, genau Ach, Mann! Halt dich da oben jetzt fest Da Fluchmesser Marieta, Alter Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ich bin da Oh, Mann! Ja, ey! Das ist ein komischer Keine Ahnung, was das ist Oh, mein Gott! jetzt kriegst du aber einen rein hier schon wieder gesehen das dritte mal jetzt den kann man sich wenigstens anschlauchen hallo ich stehe hinter dir ok 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 alles klar da war ein gott die tats ja nein das geräusch erinnert mich an meinen urlaub Hat er mich jetzt gesehen? Äh, keine Ahnung. Ah ne, gut, er hat mich nicht gesehen. Oh, da ist aber einer. Hab ich schon gesehen, vielleicht. Genau. Steht das so? Was macht der? Komm. Komm! Ja. So, okay, alles klar. Ich kann. So. Ja. Dann immer in die Richtung hier. Komm, halt. Ja, gut. So. Ich wusste es! Ich wusste es! Ich hab den doch gesehen, aber... Naja. Wichser. Mann, meine Statistik wird misserabel. Naja. Ist jetzt auch egal. Mal. Ich hab den doch gesehen. Ja. 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 Ich hab den doch so. Ja. Ja. Das ist dann. Ja, ist ja was. Was ist denn? Ja. 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 hier nicht aus und dann das ist jetzt bloß ich muss noch einmal ganz umlauf das wäre mal richtig scheiße was passiert denn wenn ich dagegen springe nicht ehrlich jetzt nicht im ernst doch nicht ehrlich das kann doch jetzt nicht sein warte gibt es da nicht eine abkürzung doch hier hier rein wo ist der wo ist der ich sehe den ist klar und rein roma sache jetzt nicht ist alles wieder rumlaufen dort bitte nicht wo wo ist noch ein Grunde unter dem Felsen und und auch nicht das ist ein mieses Lever gewesen eine komplette Nummer um Ich hätte auch direkt wissen können, dass da... Ich hätte es wissen können. Alles klar, wir wollen es. Da muss ich einfach komplett rumtaufen. Ist das jetzt schneller? Ich weiß es gar nicht. Stehen wir da? Die Steine sind wieder da, obwohl ich ihn gerade aktiviert habe. Nein, das war ein anderer. Stimmt, das war ein anderer. Boah, mein Gott. Das ist einfach mal nur das ganze Lippen.